Keines Problem, wir haben gerade drei Fahrräder, mit denen wir vorhin geshootet haben. Die sind nicht mehr da. Also, wir sind gerade im Co-Dance-Studio. Wir reden heute mit den Aufwendung. Vier Videos, das ist die erste Location. Und wir fahren mit den Fahrrädern. Müde? Ja, es ist gerade eins bis zehn. Geht aber noch. Warm geduscht. Boah, ist das so heiß hier drin? Ich habe einen guten Raum, der ist so heiß. Nee, oder? Aber das ist, weil die ja hier nackig sein müssen. Ja, das stimmt. Morgen, Arne. Was haben wir da leckeres? Belegte Brötchen und Fassons und kleine Naschereien. Was nimmt sich Arne jetzt? Auf jeden Fall nicht einlegen. Wenn du jetzt mit dir sagst, dann kann ich das nicht. Wir quadern den Weg nach, dann können wir mit ruhigen Tor. Wir machen jetzt noch eine Nachfrage mit Katja mit den Schuhen und dann mit fertig. Ja, wir müssen jetzt durch den... Ja, sagst du immer. Ja, nee, also wir müssen... Es ist 32. 2 Minuten drüber. Ja. Schön sieht das aus. Ich bin auch total glücklich, dass sie die Heidi jetzt hat. Oh ja, okay, verstehe ich. Ja, okay, den Tittenhauer rein! Die Rikscha wird unser Kamerakar. Wir fahren ein bisschen mehr Autos lang, als ich dachte. Hier ist ein bisschen viel ADAC. Wir machen übrigens keine ADAC-Werbung. Nee. Kleines Update. Wir machen hier eine kleine Pause. Schminken hier die Mädels. Da sitzt Zoe. Hey, Zoe! Hey! 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 Willi hat mir deine Nummer gegeben. Hast du die Fahrräder schon eingesammelt? Ah! Super! Perfekt! Okay, alles klar! Super! Super! What's the word for this? Swing! Swing! You're swinging quite far, and you're bending over, like this, so we got your face. What? Yeah. What she was doing. Yeah. Oh, yeah. You're doing so.